Kryptographie ist nicht genug. Aus dem Original Cryptography is not enough von Gigi. Erschien zur Blockzeit 753597 auf dergigi.com. Übersetzt von JuniorMind, Lektorat durch der Geier. Gesprochen von Crit. Warnung! Diese Präsentation enthält private Beispielschlüssel. Importieren Sie keine Beispielschlüssel und senden Sie keine Bitcoins an eine der zugehörigen Adressen. Sie werden ihr Geld verlieren. Dieser Vortrag wurde ursprünglich von Gigi in Englisch auf der Baltic Honey Badger Konferenz in Riga gehalten. Alle weiterführenden Links findest du in den Shownotes. Kryptographie ist nicht genug. Angelehnt an die Rede über Paradoxien und Antinomien. Bevor ich mit der Rede beginne, lass uns eine Sache aus dem Weg räumen. Code ist Sprache. Sprache ist Code. Und wenn Sprache nicht frei im Sinne von Freiheit ist, dann laufen wir kopfüber in die Zensur und Tyrannei. Privatsphäre ist nicht Geheimnistuerei. Cypherpunks schreiben Code und die Zahlen zu checken ist kein Verbrechen. Zahlen. Ich werde heute über drei Zahlen sprechen, denn dies wird eine Präsentation in drei Akten sein. Schwarz und Weiß. Weiß und Schwarz. Und im dritten Akt werden wir ein wenig Farbe ins Spiel bringen. Die drei Zahlen sind 12, 21 und 10. Nummer 12. Akt 1. Lasst uns beginnen. Bitcoin, wie wir alle wissen, wird die Münze genannt. Es ist ein Computercode. Aber meiner Meinung nach noch wichtiger, es ist ein moralischer Kodex. Und dieser moralische Kodex ist tief in Bitcoin und seiner Entstehung eingebettet. Dieser moralische Kodex besagt im Wesentlichen, du sollst nicht inflationieren, du sollst nicht konfiszieren, du sollst nicht fälschen. Kurz gesagt, du sollst nicht stehlen. Im Grunde genommen werde ich dir etwas sagen, das im ersten Moment unerhört klingen mag. Nämlich, dass Bitcoin Wissen ist. Das meine ich wörtlich. Bitcoin ist buchstäblich Wissen. Und wie ein anderer Kerl, der schon lange tot ist, einmal sagte, Wissen ist Macht. Natürlich wissen wir alle, dass Wissen ist Macht von Francis Bacon stammt. Und wenn wir Wissen ist Macht und Francis Bacon und Bitcoin ist Wissen gleichsetzen können, dann können wir leicht ableiten, dass Bitcoin Bacon ist. Man könnte meinen, der Typ hat den Verstand verloren, aber ich meine das wörtlich. Bitcoin ist buchstäblich Bacon, weil 24 mal das Wort Bacon eine gültige BIP 39 Seed Phrase ist, welche ein gültiges Bitcoin Wallet darstellt. Du kannst das selbst überprüfen, indem du etwas wie Blue Wallet herunterlädst und 24 mal Bacon eingibst. Und schon haben wir ein gültiges Bitcoin Wallet. Also, Bacon 24 mal. Das ist Bitcoin. Und das funktioniert mit vielen verschiedenen Wörtern wie Flag, Gas, Grade, Slice, Solution, Summer, Trade, Zebra und noch anderen. Insgesamt gibt es 241 dieser speziellen Wörter, die funktionieren, wenn du sie einfach oft genug wiederholst. Also, manche Wörter 12 mal, andere 24 mal. Also, 12 Wörter, 12 Wörter in deinem Kopf, 12 magische Wörter. Das ist es, was Bitcoin ist. Und das ist, was Bitcoin lustigerweise sein kann. 12 mal Word funktioniert auch und ist auch ein gültiges Bitcoin Wallet. Das ist also buchstäblich Bitcoin und jeder kann das benutzen. Du solltest das nicht benutzen. Das sind furchtbar unsichere Wallets. Aber trotzdem funktioniert Bitcoin so. Bitcoin sind nur 12 magische Worte. Wie zum Teufel funktioniert das also? Wie kann sowas jemals sicher sein? Warum funktioniert Bitcoin auf diese Weise? Bitcoin findet seine Stärke in Zahlen. In besonders großen Zahlen. Und es sind 12 magische Worte. Es müssen 12 zufällige Wörter sein, damit sie sicher sind. Wenn sie wirklich zufällig sind, dann sind sie so sicher, wie irgendetwas nur sicher sein kann. In der Kryptografie beruht Sicherheit auf dem Zufallsprinzip oder auf einem Konzept, das wir Entropie nennen. Wenn die Worte zufällig sind, dann ist deine Wallet sicher. Wenn sie nicht zufällig sind, dann ist sie furchtbar unsicher. Deshalb solltest du niemals das Bacon Wallet oder andere gleiche Worte für Wallets oder ähnliches verwenden. Also 12 gültige Wörter. Das ist es, was Bitcoin ausmacht. Es können nicht irgendwelche zufälligen Wörter sein, es sind ganz besondere Wörter. Und es sind Prüfsummen im Spiel. Es müssen also 12 gültige Wörter sein und wenn sie gültig sind, dann haben wir ein gültiges Bitcoin Wallet. Witzigerweise sind 12 Wallet und Word jeweils gültige Wörter. Wenn wir also 12 mal 12 oder 12 mal Wallet oder 12 mal Word eingeben, dann funktioniert das auch. Wenn du das ausprobieren willst, lade dir Blue Wallet oder etwas ähnliches herunter, das ein Wallet von einem BIP 39 Seed wiederherstellen kann und gib 12 12 mal oder 12 mal Wallet oder Word 12 mal oder 24 mal Bacon oder was auch immer ein. In Ordnung? Das ist es also, was Bitcoin im Wesentlichen aus der Benutzersicht ist, was uns zum nächsten Akt bringt. Akt 2. Schwarz und Weiß. Nummer 21. Bitcoin ist also paradox und unintuitiv. Vielleicht hast du von der Geschichte des Weißen in Indien gehört, der zu einem König ging und eine Schachpartie gegen ihn spielen wollte. Und der König liebte Schach. Also nahm er das Angebot gnädig an. Aber der König wollte sich bei dem Weißen revanchieren, falls er gewinnen würde. Also sagte er diesem Weißen, was willst du als Bezahlung für den unwahrscheinlichen Fall haben, dass du gegen mich gewinnst? Und um zu zeigen, dass er eine sehr bescheidene Person war, wollte er nur ein Reiskorn, das der König auf ein Feld des Schachbretts legen sollte. Für jedes weitere Feld auf dem Schachbrett sollte er die Anzahl der Reiskörner verdoppeln. Also eines auf das Erste, zwei auf das Nächste, vier für das Nächste, acht auf dem Nächsten und so weiter. Der König akzeptierte es natürlich. Und wie es der Zufall so wollte, gewann der Weiße die Partie. So begann der König, Reis auf das Schachbrett zu legen. Wenn du jemals mit Exponenten oder großen Zahlen zu tun hattest, wirst du die Geschichte vielleicht kennen und du weißt bereits, dass dies eine Menge Reis ist, die der König auf das Schachbrett legen muss. Es stellte sich heraus, dass es sich um 18 Quintillionen Reiskörner handelt. Eine sehr unintuitiv große Zahl. Insbesondere, wenn man ausrechnet, wie viel Reis das eigentlich ist. Es sind 210 Milliarden Tonnen Reis. Genug Reis, um ganz Indien einen Meter tief mit Reis zu bedecken. Es ist also buchstäblich ein ganzer Haufen Reis. Ein verdammt großer Haufen Reis. Kommen wir zurück zu den zwölf magischen Wörtern. Was kann man damit machen? Bitte denke daran, dass alle Metaphern über Bitcoin an einem bestimmten Punkt zusammenbrechen. Wenn du Bitcoin also wirklich verstehen willst, musst du dir den Code ansehen und ihn verstehen. All diese Metaphern sind also nicht perfekt. Dennoch glaube ich, dass sie nützlich sind. Du kannst dir also die zwölf Wörter als das Öffnen einer paradoxen Box im Cyberspace vorstellen. Natürlich kann man Bitcoin in diese Box legen. Metaphore stellen die zwölf magischen Wörter einem privaten Schlüssel dar, mit dem man eine bestimmte Box aufschließen kann. Und dann kann man Bitcoin verschieben. Aber man darf nicht vergessen, dass Bitcoin nur innerhalb dieser Boxen existiert. Es gibt nicht so etwas wie das Öffnen der Box und das Herausnehmen von Bitcoin. Alles was man tun kann, ist sie in eine andere Box zu verschieben. Sagen wir also, du legst eine Million Sets in diese Box und deine Schlüssel sind gleichbedeutend mit diesem Wert. Deshalb sagen wir auch, not your keys, not your coins oder nicht deine Schlüssel, nicht deine Münzen, weil deine Schlüssel gleichbedeutend mit diesem Wert sind. Das ist das Tolle an Bitcoin. Der Wert wird direkt in Bits und Bytes angegeben. Es ist kein Passwort für irgendetwas, das separat ist. Der Wert selbst ist in der Information selbst gespeichert. Wenn du also zwölf Wörter im Kopf hast, hast du buchstäblich Bitcoin in deinem Kopf. Es ist kein Passwort oder etwas ähnliches. Es ist der Wert selbst, der in deinem Kopf gespeichert ist. Und deshalb sind die Schlüssel gleichzeitig die Coins. Sagen wir also, dieser Schlüssel, diese zwölf magischen Wörter, kontrollieren eine Million Sets. Und nehmen wir an, nur um des Arguments willen, du legst diese eine Million Sets in diese magische Box. Wenn der Schlüssel also zufällig ist und du es schaffst, ihn geheim zu halten, dann ist alles gut. Wenn man aber etwas Dummes macht und die zwölf magischen Wörter auf eine öffentliche Präsentation legt, dann ist es sehr unklar, wem diese Art von Bitcoin gehört. So wie die Millionen von vor fünf Minuten meine Millionen sind, aber wem gehören sie jetzt? Es ist sehr schwierig, im Bereich von Bitcoin das Konzept des Eigentums festzulegen. Wenn wir uns also diese magische Kiste ansehen, befinden sich darin eine Million Sets. Nun können wir mit 100%iger Garantie sagen, dass diese Kiste jetzt leer ist und die Millionen Sets zu 100% weg sind. Ich kann das mit Zuversicht sagen, weil ich das vor nicht allzu langer Zeit getwittert habe. Und einige der Leute auf Twitter sind wahrscheinlich viel schneller als du, wenn du dir diese Präsentation im Nachhinein ansiehst. Ich weiß also mit Sicherheit, dass sie zu 100% verschwunden sind. Wie können sie also jemals sicher sein, wenn wir über Zufälligkeit sprechen? Wir sprachen über diese nicht zufälligen Geldbörsen wie Bacon und Word und so weiter und wie man sie niemals benutzen sollte. Zur Erinnerung, die Sicherheit selbst hängt mit sehr großen Zahlen zusammen. Wir haben 2048 dieser speziellen Wörter und wenn man zwölf Wörter als Seed Phrase nimmt, sind das 2048 hoch 12, was ungefähr 128-Bit-Sicherheit bedeutet. Dies ist eine sehr große Zahl, wenn man sie ausschreibt. Sie ist sogar sehr viel größer als die 18 Quintillionen in der Geschichte mit den Reiskörnern. Die Quintillionen sind irgendwo in der Mitte. Wir sind also um viele Größenordnungen größer als bei der Geschichte mit dem Schachbrett, in der 18 Quintillionen Reiskörner genug waren, um ganz Indien einen Meter tief darin zu bedecken. Um einem privaten Schlüssel zu erraten, also einem bestimmten Schlüssel, so müsste man ein ganz bestimmtes Reiskorn aus ganz Indien herauspicken. Mit Bitcoin ist es sogar noch komplizierter. Man kann es sich so vorstellen, dass das gesamte sichtbare Universum mit Reiskörnern bedeckt ist und man müsste immer noch ein bestimmtes Reiskorn herauspicken, um ein Wallet zu knacken. Also könnte man sagen, wenn die zwölf Wörter zufällig sind, dann sind sie mehr als einigermaßen sicher und wenn es dir gelingt, deine Schlüssel geheim zu halten, dann bist du ebenfalls sicher und hast nichts zu befürchten. Du musst dich also um beides kümmern. Also, wir haben bereits über ein Paradoxon gesprochen. Ich möchte nun einige der Paradoxe aufzählen, die uns in den Sinn kommen, wenn wir über Bitcoin sprechen. Denk also daran, dass alle Metaphern unvollkommen sind. Dies sind verschiedene Dinge, die Leute im Laufe der Jahre gesagt haben, was Bitcoin ist und wie es funktioniert und was die Implikationen sind. Nimm nicht alles übermäßig ernst. Ich denke trotzdem, dass es interessant ist, über diese Dinge nachzudenken. Wie sieht es aus, das Paradoxon des Besitzes? Wir haben gesehen, dass man Bitcoin nicht wirklich besitzen kann. Also ist Bitcoin geheimes Wissen. Aber man kann definitiv von Bitcoin besessen sein, wie viele Leute beweisen, die buchstäblich von Bitcoin besessen zu sein scheinen. Bitcoin ist also überall. Bitcoin ist nirgendwo. Er kann nicht kopiert werden. Jeder Teil von Bitcoin kann kopiert werden. Bitcoin verändert sich ständig. Aber es ist unveränderlich. Keine einzige Codezeile in Bitcoin ist dieselbe wie damals, als es von Satoshi Nakamoto geschaffen wurde. Aber es ist immer noch unveränderlich in seiner Essenz. Ich würde es so sagen, dass die Seele von Bitcoin einen unveränderlichen Charakter hat. Bitcoin ist digital. Aber es ist auch knapp. Digitale Knappheit war früher ein Oxymoron, aber jetzt haben wir etwas, das digital und knapp ist. Bitcoin ist tot, wie alle Mainstream-Medien-Experten immer wieder sagen. Jedoch ist Bitcoin lebendig. Bitcoin ist eine Blase. Doch Bitcoin ist die Nadel. Bitcoin ist einfach. Aber Bitcoin ist kompliziert. Bitcoin ist elegant. Und doch ist Bitcoin komplex. Bitcoin ist hässlich. Und doch ist Bitcoin schön. Bitcoin ist schlechter, ist besser. Das ist ein toller Artikel von Gwen, der vor ein paar Jahren geschrieben wurde. Bitcoin ist wertlos. Aber Bitcoin ist zu teuer. Bitcoin ist endlich. Aber Bitcoin ist endlos. Bitcoin ist privat. Aber Bitcoin ist transparent. Bitcoin ist energieintensiv. Bitcoin ist wahnsinnig effizient bei dem, was es tut. Bitcoin ist langsam. Aber Bitcoin ist blitzschnell. Bitcoin kann nicht konfisziert werden. Bitcoin kann verloren gehen. Bitcoin ist Text. Aber Bitcoin ist Geld. Bitcoin ist Zeit. Und Bitcoin ist Energie. Bitcoin ist Ersparnis. Und Bitcoin ist Streaming-Geld. Bitcoin ist konservativ. Und doch ist Bitcoin progressiv. Bitcoin ist politisch. Und Bitcoin ist apolitisch. Bitcoin ist gesetzlos. Und Bitcoin ist das Gesetz. Wenn es um Transaktionen geht, also alles, was intern innerhalb von Bitcoin passiert, dort ist Bitcoin definitiv das Gesetz. Bitcoin ist Mathematik. Und Bitcoin ist Physik. Bitcoin ist Religion. Und Bitcoin ist Atheismus. Bitcoin erfordert Zufälligkeit. Doch Bitcoin schafft Ordnung. Der Bitcoin-Preis ist wichtig. Der Bitcoin-Preis ist gleichzeitig furchtbar unwichtig. Bitcoin bezahlt Menschen. Und doch kann Bitcoin nicht bankrott gehen. Bitcoin ist nicht greifbar. Und Bitcoin ist unbestechlich. Bitcoin hat Regeln, aber keine Regulierer. Bitcoin ist Liebe. Und Bitcoin ist Fuck-You-Money. Bitcoin ist eine Kette. Und doch beendet Bitcoin die Sklaverei. Grüße gehen raus an Ben Gunn, der mich auf Twitter darauf aufmerksam gemacht hat. Dies ist dasjenige Paradoxon, welches mir am besten gefallen hat, nachdem ich Bitcoin viele Jahre lang studiert habe. Es scheint, als wäre dies sehr, sehr wahr. Bitcoin sind also zwölf Wörter in deinem Kopf. Und Bitcoin sind 21 Millionen. Bitcoin ist Wissen. Und Wissen ist Macht. Woher bezieht Bitcoin also seine Macht? Bitcoin bezieht seine Macht aus der Asymmetrie des Wissens. Alle Kryptographie beruht auf Informationsasymmetrie. Und für Bitcoin, wie wir gleich sehen werden, ist Kryptographie nicht genug. Man braucht also verschiedene Arten von Asymmetrien, damit Bitcoin funktioniert. Eine dieser Asymmetrien, und das gilt für viele Dinge, aber eine dieser Asymmetrien ist, dass Dinge schwer zu produzieren und leicht zu verifizieren sein müssen. Das ist beides bei Geld und in der Kryptographie der Fall. Geld muss schwer herzustellen und leicht zu verifizieren sein. Damit gutes Geld entstehen kann, ist das immer wahr. Wenn man das Geld nicht verifizieren kann, dann ist das schreckliches Geld. Wenn es einfach zu produzieren ist, dann ist das auch wiederum schreckliches Geld. Das gleiche gilt auch für Kryptographie. Die Lösung eines kryptographischen Rätsels muss schwer zu finden und auch leicht zu verifizieren sein. Bitcoin erfüllt also wieder einmal beide Kriterien. Es ist schwer herzustellen und sehr leicht zu verifizieren. Um dies besser zu verstehen, müssen wir uns zwei der Bausteine von Bitcoin ansehen, nämlich Signaturen und Blöcke. Um also mit Bitcoin zu interagieren, um Bitcoin sinnvoll zu nutzen, braucht man eine gültige Signatur. Und jemand muss einen gültigen Block finden. Dies sind zwei sehr essentielle Dinge, wegen denen Bitcoin funktioniert. Wenn du also irgendetwas mit Bitcoin machen willst, musst du in der Lage sein, eine gültige Signatur zu erzeugen. Und jemand muss in der Lage sein, einen gültigen Block zu erzeugen. Signaturen sind privat. Blöcke sind öffentlich. Signaturen werden lokal erstellt. Blöcke werden global erzeugt. Signaturen arbeiten mit geheimen Informationen. Blöcke mit öffentlichen Informationen. Signaturen beziehen sich auf die zwölf Wörter und Blöcke beziehen sich auf die 21 Millionen. Natürlich ist das alles sehr nuanciert und gilt eher als kleiner Überblick über diese beiden Dinge. Daher vernachlässige ich viele Details. Aber das Wichtigste ist, dass die zwölf Wörter in deiner Hand und die 21 Millionen zwei Seiten derselben Medaille sind. Sie sind also wie die zwei Teile von Yin und Yang, die man zusammenbringen muss, damit Bitcoin entsteht. Eines von beiden reicht nicht aus. Man braucht beides. Man braucht die privaten Informationen, die deine zwölf Worte sind und man braucht die völlig öffentlichen und öffentlich validierbaren Informationen in der öffentlich überprüfbaren Geschichte der Blockchain, aus der die 21 Millionen hervorgehen, damit Bitcoin funktioniert und um Bitcoin auf sinnvolle Weise zu nutzen. Also, lass uns die beiden zusammenpacken. Doch wie wir alle wissen, Bitcoin ist nicht schwarz und weiß, also müssen wir etwas Farbe ins Spiel bringen. Bitcoin ist orange, was uns zum dritten Akt bringt. Akt 3. Bitcoin ist der orangene Baum. Um diesen Baum zu verstehen, müssen wir uns das Problem an der Wurzel ansehen, welches Bitcoin löst. Es gibt keine bessere Person, die man nach dem Problem fragen könnte, als sein Erschaffer Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto hat gesagt, dass das Grundproblem bei konventionellen Währungen das Vertrauen ist, welches erforderlich ist, damit sie funktionieren. Vertrauen ist also das Grundproblem und das Problem mit dem Vertrauen ist, dass es missbraucht werden kann. So sagte er auch an einer anderen Stelle, dass wir uns bei Bitcoin nicht auf Vertrauen verlassen müssen, sondern Kryptobeweise verwenden können, anstatt uns aufs Vertrauen zu verlassen. Ich möchte dir aber zeigen, dass das nicht ausreicht. Der Kryptobeweis allein reicht nicht aus und um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie das Vertrauensproblem in der Vergangenheit gelöst wurde. Wir hatten immer ein paar Leute, die sehr nett gekleidet waren und ein nettes Lächeln auf dem Gesicht hatten. Diese sagten, vertraut uns einfach, wir kümmern uns um alles, ihr könnt uns einfach euer ganzes Vertrauen schenken und wir werden die Probleme für euch lösen. Und so funktioniert die Welt. Wir hatten also immer Autoritäten, denen wir vertrauen mussten und jetzt können wir das angeblich durch Kryptografie ersetzen. Aber was passiert, wenn wir das tun? Funktioniert das wirklich? Wir haben also ein Gesicht der Kryptografie, unglücklicherweise. Aber so ist es. Das ist das Gesicht der Kryptografie. Es scheint definitiv das Gesicht von Krypto zu sein und so ändert sich die Situation nicht wirklich. Die Leute sind ein bisschen jünger und ein bisschen technikaffiner. Wenn also das Vertrauen in uns von den Kryptobros kommt, ändert sich nicht wirklich etwas. Die Kryptobros werden einfach zu den neuen Politikern, die uns sagen, dass wir ihnen einfach vertrauen sollen. Und genau davon wollen wir eigentlich wegkommen, oder nicht? Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Der Staat hat immer gesagt, vertraut uns und wir werden das schon regeln und ihr, die Bürger, habt sowieso nichts zu sagen. Doch bei Bitcoin geht es nicht um Vertrauen in den Staat. Bei Bitcoin geht es um die Trennung von Geld und Staat. Und für die Trennung von Geld und Staat ist Kryptografie nicht genug. Wenn Kryptografie ausreichen würde, hätten wir schon so etwas wie Bitcoin. Wir hätten schon lange kryptografisches Geld. Wir hatten aber schon sehr lange Schlüssel und Kassenbücher und solche Dinge. Dies zum Beispiel ist ein kryptografisches Gerät, das sehr alt ist. Und das andere ist ein jahrtausendealtes Kassenbuch. Wir können sie nicht auf magische Weise zusammenfügen und so etwas wie Bitcoin haben, weil Kryptografie alleine keine Integrität bietet. Kryptografie allein bietet keine Legitimität. Um zu verstehen, warum ich diese Worte sehr sorgfältig wähle und um zu verstehen, warum dies der Fall ist, müssen wir zumindest ein wenig politische Philosophie betreiben und mit diesem Mann sprechen. Und dieser Mann ist Thomas Hobbes, der berühmt dafür ist, dass Autorität Legitimität schafft und nicht Wahrheit. Er sagte dies über die Staatsmacht. Wie wir alle wissen, verändert Bitcoin einen selbst auf massive Weise. Also haben wir jetzt unsere eigene Art von politischen Philosophen. Und Thomas Hobbes verwandelt sich in Eric Carson. Und was Eric Carson über die Macht von Bitcoin sagt, ist, dass Wahrheit Legitimität schafft und nicht Autorität. Und das ist genau richtig. Die Autorität im Bitcoin kommt von der Wahrheit selbst. Sie kommt nicht von irgendeiner externen Quelle. Es ist ein geschlossenes System, das seine eigene Wahrheit aufbaut. Das kann jeder verifizieren. Man muss niemandem vertrauen und Kryptografie reicht dafür nicht aus. Man braucht noch etwas anderes. Deshalb empfehle ich dir dringend, Eric Carson zu lesen. Er ist auf der Mission, das Wort Krypto zurückzuerobern. Als nächstes werden wir über Krypto und Kryptografie sprechen. Wenn ich hier in diesem Zusammenhang von Krypto spreche, meine ich meistens Kryptografie. Kryptografie allein reicht jedoch nicht aus. Denn Kryptografie erfordert Geheimhaltung. Immer. Das bedeutet, dass Kryptografie automatisch keine Legitimität bietet, weil Kryptografie nicht unbedingt mit der Realität verbunden ist. Kryptografie sorgt auch nicht automatisch für irgendeine Art von Knappheit. Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir Knappheit schon seit sehr langer Zeit in digitalen Dingen. Wir hätten es schon vor Bitcoin gehabt. Aber wir haben es nicht gehabt. Wir brauchten etwas anderes. Also, Krypto bietet definitiv keine Knappheit. Punkt. Wir haben über 9000 Shitcoins, die auf CoinMarketCap gelistet sind. Und so ist es klar, dass Krypto nicht gleichbedeutend mit Knappheit ist. Wenn du Krypto hörst, denk einfach, wie der Teppich unter dir weggezogen wird. Das ist viel genauer. Denk nicht an Knappheit. Denk nicht an schnellen Reichtum oder irgendetwas in der Art. Denk einfach an weggezogene Teppiche. An eine Betrugsmasche. Du wirst ein leichteres Leben haben, was uns zum nächsten Abschnitt von Akt 3 bringt. Dem großen Teppich. Hier ist das Problem mit dem Teppich wegziehen. Zitat Es ist nicht, was du nicht weißt, was dich in Schwierigkeiten bringt. Es ist das, von dem du ganz sicher bist, das aber einfach nicht so ist, wie du denkst. Mark Twain sagte dies über das Teppich wegziehen. Und Satoshi hatte auch etwas zu sagen. Er sagte im Grunde, wo es Vertrauen in andere gibt, dort gibt es einen Teppich. Ich paraphrasiere natürlich, aber ich kann dir wärmstens empfehlen, das Book of Satoshi zu lesen. Es ist eine Zusammenstellung all seiner Online-Postings in chronologischer Reihenfolge. Er sprach viel über Vertrauen und darüber, dass vertrauenswürdige Tritte Sicherheitslücken sind. Natürlich behebt Bitcoin das Problem des großen Teppichs. Denn Bitcoin ist keine Kryptowährung. Bitcoin ist kein Teppich-Wegzieh-Schema. Tatsächlich ist er Anti-Teppich-Technologie. Bitcoin bietet Legitimität. Und er bietet Legitimität durch die Kombination von Realität und Kryptografie. Er kombiniert auch Physik und Mathematik, was viele Leute nicht verstehen. Und er kombiniert Kryptografie mit einer anderen Art von Beweis. Es geht nicht nur um kryptografische Beweise. Es ist noch eine andere Art von Beweis beteiligt. Bitcoin kombiniert Schlüssel mit Arbeit. Und vor allem sind Schlüssel und Arbeit nicht dasselbe. Sie sind wirklich nicht das Gleiche. Sie sind sehr unterschiedlich. Genau wie die Realität und Theorie fundamental unterschiedlich sind. Eine Art, über die Realität zu denken, ist, dass die Realität das ist, was überlebt. Und mein Freund Alan Farrington hat ein großartiges Stück geschrieben. Nur die Starken überleben. Und auch das sollte jeder lesen. Lasst uns ein wenig über Stärken sprechen. Dieses schöne Bild nenne ich aus offensichtlichen Gründen Adams Beck. Denn Adam Beck ist der Erfinder des Arbeitsnachweises Proof of Work. Das Schöne am Proof of Work ist, dass er sich von selbst versteht. Der Proof of Work ist völlig selbstverständlich. Man braucht keine externe Wahrheitsquelle, damit Proof of Work Sinn macht. Er ist also offensichtlich und hat immer mit Transformation zu tun. Wenn wir also nur Daten haben, dann sind alles, was wir haben, Berechnungen. Wir haben also nur Daten, Information und die Umwandlung dieser Information, die Berechnungen. Und natürlich brauchen wir für die Berechnungen Strom. Und um Strom zu erzeugen, brauchen wir Energie. Und Energie ist natürlich kostspielig. Wir können nicht mehr Energie drucken. Und hier kommt die Integrität des Proof of Work ins Spiel. Der Proof of Work bietet also Integrität ohne Autorität, ohne Kryptoschlüssel und ohne sich auf Geheimhaltung zu verlassen. Die Schwierigkeitsanpassung des Proof of Work in Bitcoin ist also wirklich die Lösung für viele Probleme. Je mehr Menschen das verstehen und je schneller sie das verstehen, desto einfacher ist es, herauszufinden, warum Bitcoin funktioniert, warum andere Lösungen gescheitert sind und warum es eine schreckliche Idee ist, den schwierigkeitsangepassten Proof of Work aufzugeben. Es würde all die Probleme wieder herbeiführen, die Bitcoin tatsächlich löst. Eines dieser Probleme ist das Problem der Zeit. Erinnere dich an die Geschichte des Weißen, der den König in Indien besuchte, um eine Schachpartie zu spielen, die ein sehr unintuitives Ergebnis hatte. Nun möchte ich dir ein Bitcoin-Rätsel erzählen. Es ist mein Lieblings-Bitcoin-Rätsel, weil es dir sagt, wie viel jemand über Bitcoin weiß und wie tief jemand sich bereits mit Bitcoin beschäftigt hat. Du weißt wahrscheinlich ein wenig über Bitcoin, sonst würdest du dir das hier nicht ansehen. Du weißt bestimmt auch, dass Bitcoin eine Blockzeit von 10 Minuten hat. Das heißt, dass alle 10 Minuten ein Block reinkommt. Nehmen wir nun an, der letzte Block kam von 9 Minuten rein. Wann kommt der nächste Block rein? Die meisten Leute werden sagen, in einer Minute oder vielleicht ein bisschen länger. Du weißt schon, 2 Minuten oder so ähnlich. Aber die richtige Antwort ist, entgegen der Intuition, immer 10 Minuten. Wenn du also etwas anderes als 10 Minuten sagst, dann hast du den Spielerfehlschluss gemacht. Das Prinzip dahinter ist also sehr ähnlich wie beim Roulette-Tisch. Rot kam etwa 15 Mal hintereinander und jetzt frage ich dich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rot noch einmal kommt oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt? Und wenn du etwas anderes als 50-50 sagst, dann begehst du den Spielerfehlschluss. Also, 10 Minuten ist die magische Zahl. Alle 10 Minuten setzt sich die Realität durch. In Bitcoin entsteht alle 10 Minuten die Wahrheit. Alle 10 Minuten wird die Vergangenheit zu Stein und alle 10 Minuten wird Information zur Tatsache. Es geht um diese Dauer von 10 Minuten. Das ist die Konstante in Bitcoin. Das ist mehr oder weniger die einzige Konstante. Alles andere ergibt sich daraus. Man könnte sagen, dass Bitcoin die Zeitdauer durch Berechnung misst. Außerdem führt das alle 10 Minuten eine Endabrechnung der Geschichte durch. Alle 10 Minuten. Es geht also um diese 10 Minuten der Geschichte. Es geht aber nicht nur um die Vergangenheit. Es geht auch um die Zukunft. Es ist ein wichtiges Konzept, um zu verstehen, dass Bitcoin in der Zeit fixiert ist. Es ist nicht wirklich an Energie gebunden, beziehungsweise erfordert das Mining von Bitcoin keine Energie in dem Sinne, dass je mehr Energie man hineinsteckt, desto mehr Bitcoin geschürft werden. Jeder, der einfach nur gierig ist, könnte sonst mehr Bitcoin produzieren, indem er dafür mehr Energie verbraucht. Nein, Energie hat mit Sicherheit zu tun. Und Energie hat mit der Verteilung der 21 Millionen zu tun. Sie erzeugt nicht mehr Bitcoin. Der Grund, warum wir das wissen, ist, dass wir eine Bitcoin-Ausgabekurve haben. Bitcoin hat also ein vorbestimmtes Angebot. Er hat einen Emissionszeitplan, also ein Angebot, das im Laufe der Zeit emittiert wird. Und deshalb wissen wir, dass im Jahr 2140 alle 21 Millionen Bitcoin geschürft sein werden. Das ist offensichtlich mit der Blockzeit verbunden, denn mit jedem gültigen Block werden neue Bitcoin emittiert. So hat Satoshi das Problem gelöst, neue Münzen in Umlauf zu bringen, was ein wahnsinnig schwieriges Problem ist, will man es ohne jegliche Autorität lösen. Es ist also wie ein natürlicher Prozess. Ein natürlich wachsendes Ding, welches neue Münzen an all jene ausgibt, die sich dafür entscheiden, es abzusichern. Das ist der Grund, warum die Entstehung von Bitcoin so wichtig und schön ist. Und das ist der einzige Weg, um eine faire Verteilung zu erreichen. Alles andere fällt auf Autorität zurück. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, Bitcoin ist Zeit. Ich meine diese 10 Minuten. Und die Vergangenheit. Und die Zukunft. Wie die Vergangenheit geregelt ist und wie die Zukunft vorherbestimmt ist. Der schwierigkeitsadjustierte Proof of Work ist es also, der eine unauslöschbare Geschichte schafft. Nick Sabo sprach von unfälschbarer Kostbarkeit. Ich denke, in Bitcoins sollten wir über unfälschbare Vergangenheit sprechen. Denn das Kassenbuch ist nur eine Geschichte von Transaktionen, wer wem was schuldet. Es muss außerdem unfälschbar sein, damit es gutes Geld ist. Andernfalls wird es immer manipuliert werden. Und nur Bitcoin schafft diese nicht fälschbare Geschichte. Der schwierigkeitsangepasste Proof of Work löst das eigentliche Grundproblem. Viele Leute meinen, wenn sie über das Grundproblem sprechen, das Problem der Doppelausgabe. Aber wir bezeichnen es als Vertrauen und Integrität. Der an die Schwierigkeit angepasste Proof of Work sorgt also für Vertrauen und Integrität, ohne sich auf die Geheimhaltung oder Autorität zu verlassen. Der schwierigkeitsangepasste Proof of Work löst also alle Probleme der Geschichte des Geldes. Und ich meine das buchstäblich. Es löst die Probleme von Gold. Es löst offensichtlich die Probleme des Fiat-Geldes. Es löst die Probleme aller digitalen Währungen, die wir in der Vergangenheit versucht haben zu schaffen. Bitcoin hat also eine sehr reiche Geschichte, je nachdem, wie lange man zurückgehen möchte. Aber Bitcoin ist nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Seit es das Internet gibt, haben Menschen versucht, Internet-Geld zu erschaffen und sind immer gescheitert. Die Leute sagen, dass sie wegen des Problems der Doppelausgabe gescheitert sind. Aber hinter dem Problem der doppelten Ausgabe verbergen sich eine ganze Menge Dinge. Wir haben bereits über die vertrauenslose Ausgabe gesprochen, ohne wirklich viel über dezentralisierte Zeitstempel zu sprechen. Aber wenn du darüber lesen möchtest, lies bitte, Bitcoin ist Zeit. Wir haben auch nicht zu viel über die kryptografische Stabilität gesprochen. Das ist ein Problem, das Nick Sabo seit langem zu lösen versuchte. Das Problem ist, dass man kein kryptografisches Rätsel oder irgendein Rechenproblem definieren kann, bei dem man sicher sein kann, dass kein Computer es unter einer bestimmten Zeitschwelle lösen kann. Sagen wir also, wir nehmen einen beliebigen Supercomputer und brauchen mindestens 5 Minuten, um dieses Problem zu lösen. Du kannst es nicht schaffen. Du kannst es einfach nicht. Das war ein großes Problem des digitalen Geldes, denn man kann nicht wissen, welche Durchbrüche in der Informatik erzielt werden. Man kann nicht wissen, ob jemand eine neue Architektur oder einen besseren, schnelleren Computer erfindet, der dann 10 Billionen Mal schneller ist und plötzlich kann man dieses Problem in einer Millisekunde lösen. Dieses kryptoanalytische Stabilitätsproblem war also ein wirklich sehr schwer zu lösendes Problem. Der schwierigkeitsangepasste Arbeitsnachweis löst es. Die digitale Knappheit ist jetzt nicht mehr ein Widerspruch in sich, dank Bitcoin. Datenintegrität. Darüber möchte ich als nächstes sprechen. Und natürlich werden die Informatiker, die das hören, große Fragezeichen im Kopf haben, weil sie alle wissen, dass wir vor Bitcoin mehrere Möglichkeiten hatten, Datenintegrität zu erreichen. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, nein, das ist nicht korrekt. Denn damit Datenintegrität funktioniert, braucht man immer einen Schlüssel. Wie kann man also irgendeine Art von Dateneinheit ohne geheime Informationen herstellen, ohne sich auf private Schlüssel zu verlassen? Was ist, wenn alles, was man hat oder haben möchte, nur öffentliche Informationen sind? Was ist, wenn Autoritäten nicht erlaubt sind? Was ist, wenn Schlüsselinhaber nicht erlaubt sind? Was ist, wenn wir keine Beschlussfähigkeit von Personen haben dürfen, die die Integrität der Informationen abzeichnen? All die anderen Systeme, die den Proof of Work aus der Gleichung entfernen wollen, fallen automatisch auf eine Beschlussfähigkeit von Personen zurück. Auf Schlüsselinhaber, die die Informationen abzeichnen. Es ist eine typische Fiat-Trickserei, wo wir Autoritäten haben, die uns sagen, das ist die Realität. Das ist das Gold im Tresor. Vertraut uns einfach. Das ganze Gold ist dort. Unterschreibt das, vertraut uns und ihr bekommt es mit Papierscheinen zu tun. Die Abschaffung des Proof of Work ist also eine absolut schreckliche Idee, die all die Probleme wieder einführt, die Bitcoin gelöst hat. Wie kann man also Datenintegrität herstellen? Wie kann man die Datenintegrität ohne Privatschlüssel herstellen? Wie kann man es schaffen, das wirklich schwierige Problem zu verstehen, wie Datenintegrität funktioniert? Wir müssen uns diese Orange noch einmal genauer ansehen und wir werden sie wieder aufteilen. Wir sind also wieder beim Yin und Yang und wir werden über Integrität und Validierung sprechen. Wir werden wieder über die 12 Wörter und die 21 Millionen und über private Schlüssel und öffentliche Ledger sprechen. So ganz, ganz kurz gesagt, wenn man Schlüssel hat und die Integrität der Schlüssel beweisen will, ist das sehr einfach, denn man kann ja Schlüsselpaare verwenden. Bei der asymmetrischen Kryptografie gibt es private Schlüssel und öffentliche Schlüssel. Und mit dem einem oder dem anderen kann man die Integrität des anderen überprüfen. Das ist ja bekannt. Das ist nichts Neues. Das ist alles schön und gut und es ist sehr einfach. Wenn wir Schlüssel haben, sind Datenintegrität und Validierung sehr einfach. Was aber, wenn wir keine Schlüssel haben? Was ist, wenn wir überhaupt keinen privaten Teil haben? Was, wenn alles, was wir haben, öffentliche Daten sind? Was ist, wenn wir keine Schlüssel haben dürfen? Wie kann man das ohne Schlüssel machen? Nun, die Antwort sollte offensichtlich sein, aber sie war es die längste Zeit nicht. Sie war nur für Satoshi offensichtlich. Und die Antwort ist natürlich der Proof of Work. Adam Beck. Das Schöne am Proof of Work ist, dass man nur nachschauen muss. Der Arbeitsnachweis ist auch aus sich selbst heraus selbstverständlich. Offensichtlich ist alles, was man zur Überprüfung braucht, öffentlich zugänglich. Nichts ist versteckt. Nein, es werden keine privaten Schlüssel benötigt. Es gibt keine Behörde. Es gibt keine Geheimhaltung. Es gibt nur die Wahrheit. Die Wahrheit ist in den Daten selbst eingebettet. Und deshalb ist es so wundervoll, dass man sie einfach ansehen kann und ohne die Verwendung von privaten Schlüsseln überprüfen kann, ob alles in den Daten korrekt ist. Man kann bis zum Genesis-Block zurückgehen und das sehen. Niemand war in der Lage, diese Daten in irgendeiner Form zu verändern. Du brauchst niemanden zu vertrauen. Wir brauchen keiner Beschlussfähigkeit zu vertrauen. Keinem Schlüsselhalter. Keiner externen Quelle. Die Wahrheit ist in den Daten selbst zu finden. Das ist es, was NWK meinte, als er sagte, die Karte ist nicht das Gebiet. Bei Bitcoin ist die Karte das Gebiet. Es gibt keine Differenzierung. Man schaut sich einfach die Karte an. Man sieht sich die Karte an und es gibt nichts Externes. Die Wahrheit ist in den Daten selbst zu finden. Bei Bitcoin ist wirklich die Karte das Gebiet. Das war also die große Erfindung von Satoshi Nakamoto. Denn Satoshi war die erste Person, die in der Lage war, dezentralisiert über die Geldausgabe, über Sicherheit und die Zeit selbst nachzudenken. Das Timing-Problem ist ein sehr schwierig zu lösendes Problem. Ich ermutige jeden, der sich für andere Systeme interessiert, sich mit dem Zeitproblem zu befassen. Wir haben keine feste Zeit in unserem Universum. Deshalb ist es so ein schwieriges Problem. Allein schon wegen der relativistischen Effekte insgesamt bei geordneten Abfolgen von Ereignissen beim dezentralen Rechnen. Es ist ein grenzwertig unmögliches Problem und nur der schwierigkeitsangepasste Proof-of-Work löst es vollständig. Satoshi wusste also, dass er einen Durchbruch hatte. Denn er sagte, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein dezentrales, nicht vertrauensbasiertes System ausprobieren. Er erkannte also, dass wir mit Kryptobeweisen und der Verdinglichung von Informationen, ein Ausdruck, der mir sehr gefällt und von Adam Gibson stammt, digitale Knappheit schaffen können. Wir können solides Geld im Cyberspace schaffen. Und er wusste auch, dass Kryptobeweise nicht ausreichen. Er wusste, dass die Kryptografie nicht ausreicht. Er erwähnte in einem seiner Beiträge, dass wir einen rechnerischen Beweis für die Vergangenheit haben. Einen Beweis für die Abfolge der Ereignisse. Das ist es, worum es ihm geht. Und dieser rechnerische Beweis und unterscheidet sich von kryptografischen Beweisen. Denn bei rechnerischen Beweisen des schwierigkeitsangepassten Proof-of-Work sind keine privaten Schlüssel beteiligt. Es handelt sich um reine Berechnungen. Reine Rohenergie, wenn man so will. Und das ist absolut notwendig, um öffentlich zugängliche Informationen zu haben. Das ist ein in sich konsistentes System, das jeder überprüfen kann. Bitcoin ist also Wissen. Es ist buchstäblich wahr, dass Bitcoin Wissen ist. Jeder kann das Wissen über die Integrität des Systems haben. Es ist ein völlig offenes System. Es ist völlig transparent. Du kannst dich selbst von den 21 Millionen überzeugen. Du kannst Bitcoins Geldpolitik überprüfen. Du kannst die Integrität des Systems überprüfen. Aber das Gegenteil ist auch wahr. Dieses Wissen ist Bitcoin. Und wie wir gesehen haben, ist Bitcoin nur zwölf Worte in deinem Kopf. Deshalb glaube ich, dass der Versuch, Bitcoin in irgendeiner Weise zu verbieten, gleichbedeutend ist mit Gedankenverbrechen. Denn alles, was Bitcoin-Mining zum Beispiel macht, ist der Versuch, Zufallszahlen zu finden. Alles, was der Besitz von Bitcoin mit sich bringt, sind zwölf Wörter in deinem Kopf. Wenn deine Regierung dir also sagt, dass es dir nicht erlaubt ist, Bitcoin zu besitzen, dann ist es genau das, was sie sagt. Du sollst nicht 24 Mal an Bacon denken. Du sollst nicht zwölf Mal an Word denken. Du darfst nicht zwölf zufällige Wörter in deinem Kopf haben. Das ist es, was jemand sagt, wenn er dir verbietet, Bitcoin zu benutzen. Es ist natürlich nicht durchsetzbar, aber das ist eine andere Art von Rede. Wissen ist auch Bitcoin. Denn Bitcoin ist privates Wissen. Es sind nur zwölf Worte in deinem Kopf. Bitcoin ist öffentliche Information. Öffentliche und transparente Information, die zu den 21 Millionen führt. Es sind private Schlüssel und öffentliche Kassenbücher. Und der Plural in Kassenbücher ist wichtig. Und das ist wichtig, denn es gibt viele, viele Kassenbücher auf der ganzen Welt. Und man muss seine eigene gültige Kopie haben, die man im besten Fall selbst validiert. Und wenn man Bitcoin in irgendeiner sinnvollen Weise nutzen will, muss man diese beiden zusammenbringen. Wenn man sie zusammenbringt, dann entsteht die Orange. Nur ein kurzes Beispiel. Nehmen wir an, Alice möchte Bob ein paar Sets schicken. Dann braucht Alice einen privaten Schlüssel und eine Kopie des öffentlichen Kassenbuches. Und im privaten benutzt sie ihren privaten Schlüssel, um eine Nachricht zu signieren, die eine Transaktion ist. Sagen wir, diese Nachricht lautet, ich, Alice, möchte 21 Sets an Bob senden. Und sie signiert sie mit ihrem privaten Schlüssel. Wenn also alles in Ordnung ist und die Signatur gültig ist, wird die Transaktion übertragen und natürlich vom Bitcoin-Netzwerk akzeptiert. Wenn die Transaktion gültig ist, wird das Bitcoin-Netzwerk sie akzeptieren und die Transaktion wird im Mempool landen. Das ist es, was die private Welt der privaten Schlüssel mit der öffentlichen Welt der öffentlichen Kassenbücher verbindet. Es verbindet die 12 und die 21. Es ist das Bindeglied zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Wenn alles stimmt, wenn die Signatur gültig ist und wenn nach etwa 10 Minuten ein gültiger Block gefunden wird, dann ist die Transaktion bestätigt. Denn das ist es, was Bitcoin sagt. Die ganze Zeit. Alle 10 Minuten. Aber es sagt noch mehr als das. Mit jeder Transaktion, die mit jedem gültigen Block, der hereinkommt, bestätigt wird, bestätigt Bitcoin sich selbst seine eigene Integrität. Immer und zu jeder Zeit. Das Schöne am schwierigkeitsangepassten Proof of Work ist, dass er im Laufe der Zeit akkumuliert wird. Es ist wie Schichten von Bernstein, die die Vergangenheit verfestigen. Und mit dieser verfestigten Vergangenheit sagt Bitcoin auch, dass der Moralkodex bestätigt wurde. Und wie wir ganz am Anfang gehört haben, lautet die Moral von Bitcoin, du sollst nicht inflationieren, du sollst nicht konfiszieren, du sollst nicht fälschen. Kurz gesagt, du sollst nicht stehlen. Und das ist, was Bitcoin sagt. Alle 10 Minuten, ohne sich auf Vertrauen zu verlassen. Die Freiheiten, die Bitcoin bietet, beruhen auf Verantwortung. Die Verantwortung eines jeden von uns, Bitcoin in einer bestimmten Weise zu nutzen, unsere eigenen Schlüssel zu besitzen, unsere eigenen Nodes zu betreiben und unsere eigenen Hash bereitzustellen. Ohne diese Verantwortung zu übernehmen, würden alle Freiheiten auseinanderfallen. Dies ist ein Beitrag von Gigi aus seinem Blog. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich seiner eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von Apricomedia wieder.